Heute sind wir in Bikini Bottom und zwar werden wir Spongebob unter die Arme greifen, werden in der Krossenkrabe arbeiten, Quallen fischen und viel, viel mehr. Schaut bis zum Ende, denn das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Eieiei, Captain! Eieiei, Captain! Wow! Wo geht's jetzt hin? In die Minecraft Spongebob-Feld. Bikini Bottom! Was? Alter! Guck mal, das Spongebob... Was? Du hast recht, der Gold, da bist du! Willkommen im Bikini Bottom, guck mal, das Spongebob! Wie cool! Hallo Spongebob, hallo, was geht? Ich bin bereit, ich bin bereit! Guck mal, du bist ein seltsam aussehender Fisch, bist du aus Rockbottom. Du besuchst bestimmt Bikini Bottom für das große Fest, das beste Tages aller Zeiten. Oh mein Gott! Äh, warte mal, dann... Na klar, na klar! Also, anscheinend, pass auf, Patrick, Thaddeus, Krabs, Sandy, alle sind heute anscheinend da. Also, ich würd' sagen... Was meinst, du wollen treffen? Ja, würd' ich sagen, ne? Ja, und ja. Wollen wir alles. Perfekt. Jetzt können wir Quallen fischen. Oh, wie cool ist das denn? Guck mal, was hier alles ist! Hier sind... Alter, was? Sogar so Boote! Na Spongebob, guck mal, der läuft mit uns mit! Okay, komm, lass Quallen fischen gehen irgendwo, oder? Lass Quallen fischen gehen, wir müssen zu den Quallenfeldern. Äh... Hier hinten, hier hinten, ich seh hier eine, oder? Ehrlich? Nee, das ist ne Muschel, das ist ne Muschel. Die fang ich aber trotzdem! Ey, du kannst die Muschel doch gar nicht fangen. Wir müssen zu den, äh, zu den Quallenfeldern. Hier ist Cape Forest und Glove World. Du siehst, du hast ne Karte unten bekommen, ne? Da siehst du die ganzen Sachen, wo wir was machen können. Oh, stimmt, oh stimmt, stimmt, stimmt. Da siehst du, dass wir jetzt bei der Ananas könnten, wir haben wir jetzt gerade keine Mission haben, weil bei Thaddeus Haus ist was. Wollen wir mal gucken, was bei Thaddeus geht? Lass mal Thaddeus Hallo sagen. Ah, okay, okay. Da ist er auch! Der wartet uns so voll hinterher. Komm, Spongebob ist auch der beste Tag des Lebens heute! Komm, Spongebob! Bei Dingen, dass wir heute zum Besuch sind, da ist glaube ich der beste Tag. Alter, wie sieht der denn aus? Der ja wie immer, ne? Typisch. Warte mal, hier ist ne Qualle! Hier ist ne Qualle! Was ist da? Ich hab sie! Ja, oh mein Gott, zeig mal! Ich hab ne Qualle gefangen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Okay, und jetzt? Das ist doch nicht frei! Du hast sie freigelassen! Na klar! Fang die wieder, fang die wieder! Das ist doch das Prinzip von Spongebob, dass man die Quallen fängt und sie wieder freilässt. Na, Mann! Ja, ich denk wie Mr. Krabs das Gelee machen will. Okay, komm. Wir reden mal mit Thaddeus, wir reden mal tatsächlich. Du bist also Spongebob. Das tut mir leid für dich. Ja, das bin ich! Aber es ist schön, dich kennenzulernen. Auf und auf Wiedersehen! Andererseits hast du gesagt, dass du mit mir den besten Tag aller Zeiten helfen wolltest. Na klar! Kannst du irgendein Instrument spielen? Ja! Ein Notizblock? Mayonnaise! Komm! Kennst du das von, wo Patrick sagt Mayonnaise? Na klar kenn ich das! Wir sind jetzt schon mal bei Thaddeus im Haus drin und wir können anscheinend heute bei einem großen Tag helfen. Looooool! Ey, das ist ja... Sehr cool! Richtig krass! Ich spring auf Thaddeus Bett! Ich spring auf Thaddeus Bett! Guck mal, hier ist Thaddeus Bad! Da, wo Spongebob auch mal drin war und sowas, ne? Stimmt, in der Bade... Er verfolgt dich! Ich glaub, Spongebob will auch Baden gehen. Du kannst jetzt sagen Kaputtbahn, deswegen musst du aufpassen. Also nichts abbauen am besten. Okay, okay, ja. Und was haben wir hier noch? Die Tür? Können wir hier runter? Guck mal, wie können wir runtergehen? Boah! So groß hab ich Thaddeus Haus gar nicht in Erinnerung! Hä, das ist doch richtig crazy! Auch hier unten! Das ist ja 1 zu 1 wie früher! Warte mal, hier ist ne Kiste, was ist da drin? Ist was drin? Was ist das denn? Mayonnaise! Was ist Mayonnaise? Warte mal, müssen wir die Mayonnaise zu Thaddeus bringen? Hä? Was ist das denn? Die kann spielen! Hörst du das? Ach, das ist ein Instrument! Das ist ein Instrument! Noooo! Jetzt check ich das erst! Oh mein Gott! Warte mal, was haben wir auf der Karte noch? Wir haben jetzt hier gerade... Oh, wir können zu Patrick gehen! Wollen wir zu Patrick gehen? Ja, okay, okay, komm! Komm, machen wir! Okay, dann müssen wir hier... Ne, wir können nicht durch die Tür gehen, ne? Äh, genau! Ich glaube, wir müssen erst mal mit Thaddeus quatschen, ne? Hier ist noch ne Kiste, ne? Der wollte uns irgendeine Aufgabe geben! Was sind das? Glocke, Strei-Instrument, Metallplatte? Sind das denn für Teile? Hä? Neh mal mit! Okay, lass mal hoch zu Thaddeus! Mal gucken, was der dazu sagt! Ja, lass mal hoch zu Thaddeus! Da sind wahrscheinlich irgendwas... Guck mal, er hat sogar eigenes Gemälde jetzt hier noch, ne? Er sagt, was dauert das so lange? Hast du schon ein Instrument zum Spielen gefunden? Ja, haben wir ja! Okay! Mayonnaise ist es nicht! Weißt du was? Einverstanden! Wenn du denkst, dass du das schaffen kannst, lass uns in die Stadt gehen! Okay, komm, wir gehen in die Stadt mit denen! Komm, los geht's! Und jetzt, was müssen wir machen? 0 von 10? Oh, was sollen wir einsammeln? Äh, warte mal, was sagt der? Soundcheck! Spielen wir uns etwas warm! Okay, pass auf! Wir machen eine Mayonnaise, okay? Wow! Alter! Das ist Larry! Babababababababababababababm! Wißt du das? Oh, die tanzen alle! Wo ist Larry? Die sind alle am Dancen jetzt hier! Warte, wir haben eins von zehn schon! Was haben wir grad gemacht? Achso, wir müssen Leute zum Tanzen bringen! Ah, guck mal, komm, warte, komm! Tanz! Weiter tanzen! Ja, mal ist drei von zehn! Let's go! Hier sind auch noch voll viele aus Spongebob, ne? Hä? Die kenne man auch hier! Wie kenne ich alle? Tanzen, 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 Tanzen! Los geht's, los geht's! Dingens? Machst du auch noch welche, ne? Ich auch noch einen, ja. Oh, hier. Drei auf einmal. Was? Drei auf einmal jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir hier hinten noch jemanden? Einer fehlt noch jetzt hier. Hier nochmal zwei. Hier, zack, komm, du bist es. Ja, bis wir jetzt hier das Ding spielen. Oh, und die Hüfte schwingt. Und die Hüfte. Mayonnaise ist auch ein Instrument. Ja. Okay, komm, wir gehen jetzt zu Tadeus. Sehr gut, sehr gut. Ja, machen wir. Du klingst echt nicht total schlecht. Ich glaube, wir sind bereit für den großen Aufruf auf der Austernbühne. Okay, komm. Austernbühne, okay. Da bin ich aber wirklich Spaß, Alter. Oh, mein Gott, guck, wie viele Leute da sind. Oh, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Und da ist echt Larry. Und da ist auch Perla. Nein, das ist Peter Sandy und Patrick und Gary. Oh, mein Gott, okay, komm, wir müssen hier unten in die Position. Und die Eltern von Spongebob. Oh, Gott. Hier unten müssen wir rein in die Position hier. Und jetzt? Bisschen reicher müssen. Hast du das Musikinstrument? Ich hab's. Und wir spielen. Und los. Und wir müssen, wow, guck mal. Die tanzen alle, die tanzen alle. Guck mal. Die Eltern von Spongebob sind alle da. Spongebob sind auch gerade am spielen. Die, 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 die. Oh nein. Oh nein. Und der Klarinette. Ey, da ist der Schokolade, Mann. Schokolade. So hört sich der Tadeos Klarinette an, oder nicht? Ja, ich glaub, guck mal, das ist die Mutterländer von... Und der Vater von Tadeos oder sowas? Und dieser eine mit dieser Mütze, weißt du, wie heißt der nochmal? Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Johnny Franklin, der Erste, weiß ich auch nicht, irgendwie sowas. War sehr gut. Ja, guck mal, da unten rechts gesehen. Oh Gott, drei werfige Songs später. Sind wir mega. Wir sind richtig. Hä, guck mal, was der Tadeos uns jetzt gegeben hat hier. Was ist das denn? So ein Taschenland, hä? Ja, eine Klarinette. Du hast Tadeos Klarinette halten. Du kannst die wenden, um die große Krabbe zu verteidigen. Hörst du das? Wie cool. Der Gott, wie cool ist das denn? Wie cool. Ich spiele einfach auf die Klarinette und es hört sich sogar cool an. Aber warte, 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 stopp. Ja, was denn? Quallen fischen, Quallen fischen, Quallen fischen, Quallen fischen. Ich habe noch, warte, fangen sie, fangen sie, fangen sie, fangen sie. Warte, warte, ich will auch mal, die haut ab. Jetzt. Jetzt. Ja. Okay, lass mal zu Patrick gehen, warum er so einen krassen Eierkopf hat. Au, die hat mich gesticht, die hat mich gestochen. Ehrlich? Aua. Hä? Au, au, die pieg nicht. Lass du weh. Jetzt geht sie mich auf dich. Nee, sie geht nicht auf mich. Okay, jetzt auch nicht mehr. Okay, lass uns zu Patrick mal gucken, was er sagt. Ja, was er sagt. Ja, ein gefährlicher Fremdling. Du bist also sponsorisch, neuer Freund. Ja, genau. Ja, sind wir, ja. Vielleicht könnt du und Sponsor mir helfen, ein neues Fahrgeschäft macht in der Handschuhwelt auf. Und ich möchte unbedingt fahren. Aber ich muss damit einfach fahren und ich kann es kaum erwarten. Kannst du mir helfen? Okay, lass uns zu der Handschuhwelt fahren. Abpapp, wir gehen da hin. Du weißt, was in der Handschuhwelt ist, oder? Du weißt, dass es richtig gruselig ist. Ich weiß. Wie heißt die nochmal? Die Faust? Diese Faust des Schmetterns oder so. Wo die Angst hatten. Weißt du, was ich meine? Cool, sieht das hier gerade aus. Das sieht da richtig cool aus. Alter. Okay, wo ist Patrick? Er ist irgendwo beim Riesenrad. Hier hinten. Er ist beim Riesenrad, ne? Ja. Hier oben wahrscheinlich. Glaubst du, Patrick ist beim Riesenrad da oben drauf? Schau doch da eben oben. Sicher? Ehrlich, hab ich gar nicht gesehen. Okay, lass mal hochgehen. Oder was heißt das hier nochmal? Ich weiß schon nicht mehr. Ja, doch, dann muss es hier, glaube ich, sein. Oha. Aber hier ist niemand. Hä? Wir können da nicht hingehen, ne? Patrick. Hallo. Wo bist du? Wahrscheinlich, der hängt doch bestimmt beim Zuckerwattestand. Ey, guck mal, hier sind voll viele. Nee, da vorne ist der. Ich sehe ihn. Komm mit. Ah, sehr gut. Wir können hier sogar mit dem Ding fahren. Oh mein Gott, warte. Ja, los. Wow. Guck dir das an. Und sogar hier über die Brücke rüber. Wow. Wie cool sieht das aus, bitteschön. Das sieht sehr cool aus, ne? Dann lass mal zu Patrick gehen. Und da steht da nämlich, oh mein Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, pass auf die Kalle auf. Die will schon wieder stecken. Der Bauarbeiter. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Der sieht böse aus, ne? Der sieht echt böse aus. Das stimmt mit dem nicht. Der Bauarbeiter lässt mich nicht rein. Er hält mich von treuem fern. Okay, dann reden wir doch mal mit dem. Okay? Okay, okay. Wir reden mal mit dem Bauarbeiter. Du willst also helfen, die Achterbahn zu reparieren. Nun hast du Bauaufwandeln? Na klar. Wir können doch nur ein Erdhaus bauen. Ja, guck mal, alles entspannt. Guck mal hier, das ist die Achterbahn. Die muss anscheinend repariert werden. Ey, und guck mal, wie groß die auch ist, ne? Die sieht extrem groß aus, Leute, ne? Ich würde fast sagen, das ist die krasseste Achterbahn in ganz Bikini Bottom. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, was in den Kisten drin ist. Da liegen ja auch so Kisten einfach so rum, ne? Das sollten wir ja auch mal abchecken. Also die Achterbahn, die sollen wir jetzt anscheinend reparieren. Der Künstler, um den Baubedarf zu finden. Wie macht man das? Okay, pass auf. Das heißt, check auf jeden Fall hier alles ab. Wir müssen irgendwo, da. Ja. Eine Kiste. Sehe ich gerade. Hier, was von den Sachen? Ja, Stahlblöcke. Achterblöcke. Oh, sehr gut. Ah, die verfolgen mich die ganze Zeit. Hier ist noch ein zweiter Ingenieur, mit dem wir reden können. Hier ist auch eine Kiste. Was? Ich habe ein Hammerrad bekommen. Ich habe voll viele Sachen gefunden. Ich besorge dir einige Baumaterialien. Stahlträger und sowas. Ach, wir müssen denen das immer bringen. Wir müssen das bringen. Immer den verschiedenen... Hier sind Baubedarf hier unten an der Achterbahn. Ich habe einen Ingenieur. Die Strecke wird nicht... Verbinde die Stütze sechs Blöcke höher. Ah, lol. Okay. Ich habe auf jeden Fall mega viel Stahlblöcke. Wo müssen die aber jetzt hin? Ich glaube... Ne, warte mal. Wir müssen noch hier... Warte mal. Hier sind noch mehr. Wir müssen das selber bauen? Wie kommen wir denn überhaupt hoch? Nein, du musst das hier unten bauen. Warte mal. Da sagt Sponsor irgendwas. Was sagen die? Ich kann den Sachen geben, glaube ich. Okay, warte. Wir müssen nicht hier... Guck mal. Siehst du, das sind die Bereiche, die wir bauen müssen. Sowas hier zum Beispiel. Welche Bereiche? Zack, zack. So, oder? Mussten wir das nicht so bauen? Hä, was meinst du jetzt? Hier wird das jetzt so reingebaut. Ach so. Ach so. Und was sagt der Ingenieur? Wir haben noch Ingenieur Nummer drei. Was sagt der? Mal gucken. Die Strecke wird nicht unterstützt. Jetzt verbindet die Stütze fünf Blöcke höher. Oh, warte mal. Die Stütze fünf Blöcke höher? Wo ist denn die Stütze überhaupt? Also hier sind doch glaube ich die Teile, wo man so... Zack, 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 zack. Sponsor hat irgendwas gefunden. Sponsor hat hier irgendwas gefunden schon wieder. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben noch mehr Baumaterialien für uns. Aber guck mal. Hier oben jetzt dieses Verbindungsstück, das riesige Stück, das fehlt. Jetzt check ich, dass die Stütze hier... Das ist die Stütze. Okay, okay, okay. Das heißt hier... Erstmal alles vor mit Blöcken bauen. So, warte. Warte, können wir ja wegmachen. Bam, bam, okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir glaube ich das mit der Stütze zusammenbauen. Ey, so 3000 Jahre später, Leute. Das hat so lange gedauert, hier zu bauen. Und jetzt müssen wir noch hier einmal das abgeben. Das haben wir auch jetzt gestützt, Leute. Und... Wow, ja. Wow, nicht zwölf Sekunden spinnen. Oh mein Gott. Guck mal hier. Wie cool sieht der Park aus. Die Achterbahn ist fertig. Oh. Und jetzt können alle damit fahren. Jetzt können wir damit fahren. Okay, dann lassen wir hier vorne eingehen. Wo startet man? Wo startet man? Hier oben startet man, glaube ich. Ich glaube, hier muss man... Ja, du hast recht. Nein, hier kann man noch nicht. Ich glaube, hier muss man... Hier kommt man wahrscheinlich an. Okay, warte mal. Hier muss man rein. Hier muss man rein. Okay, okay, okay. Ah ja, stimmt. Und dann kann man hier durchgehen. Und dann ist hier nämlich die Achterbahn. Oh mein Gott. Und Patrick sitzt schon drinnen. Okay, was? Okay, los. Alter, wie cool sieht das denn aus. Cool. Hä? Wie krass sieht das denn bitte aus. Und die haben wir gebaut, ne? Bisschen Klarinette unterwegs. Bisschen Klarinette spielen, Alter. Ey, vorsichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Oh mein Gott, Digga. Alter, und wieder nach oben. Und wieder runter, Leute. Und wieder zur Seite auch noch. Ey, was geht hier ab gerade? Oh mein Gott. Ey, wie viel Arbeit das noch war, ne? Oh mein Gott, und hier wieder runter? Ey, das war so viel Arbeit, ne? Oh, sehr gut. Alles da bauen muss man. Oh mein Patrick, der hängt fest. Der hängt fest. Patrick, was ist los mit dir? Ist der runtergefallen oder so eben? Der hängt einfach fest. Der hat einfach zu viel Marshmallow losgegessen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wow, sehr schnell. Wow. Ey, das sieht so cool aus gerade, ne? Wie wir jetzt hier in der Achterbahn fahren. Alter, das schockt mega. Das schockt mega. Scharfe Rechtskurve kann es fahren. Oh ja, ich merke es hier. Oh Gott, falle ich raus. Nein, das ist gut. Das sind Klarinette. Oh ja, und ich fange die Quallen nebenbei. Stimmt. Wo sind die Quallen? Wie das aussieht, man. Ja, safe. Okay, wir sind fast durch. Wir sind fast durch. Jetzt hier noch in der Achter. Okay. Ey, das macht ja mega Spaß. Auch vor lange, die Fahrt. Ey, es ist so eine coole Achterbahn, ne? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Spawnschirm eine Achterbahn hatte. Hä? Natürlich, Bro. Die Donner der Faust des Schmetterns oder so heißt es. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Och, so eine ganze Gruseliege. Arians ist fast geschafft hier. Oh mein Gott. Und hier auch nochmal rüber und hoch. Ja. So, und zack, wieder zurück. Ich komme. Ey, das war so cool, Kasper. Okay, jetzt können wir mit Patrick sprechen. Wo ist denn Patrick jetzt gerade? Der war noch auf der Achterbahn, ne? Ist er noch auf der oberen Achterbahn? Ach, guck mal, da ist Patrick. Der ist gerade erst fertig geworden. Na ehrlich, der hat ja 1000 Jahre gebraucht. Ja, dann kannst du mit ihm reden. Das war unglaublich. Doch mal, noch mal. Doch mal, noch mal. Ja, Patrick, komm. Heute ist der beste Tag aller Zeiten, hat er gesagt. Oh mein Gott, wir haben den besten Tag gemacht. Als ob, Alter. Sehr gut, sehr gut. Okay, komm, lass mal zu Dings gehen. Lass mal zu Kost und Krabbe gehen. Ja, zu Kost und Krabbe. Marco, was ist das da? Wir haben ja auch eine Aufgabe. Das heißt, wir können heute zuerst mal mit Mr. Krabs reden. Okay, was ist das für eine Aufgabe? Das freut mich auch. Also, das... Und sogar der Abfalleimer, den gibt es hier einfach auch, ne? Warum verfolgt uns Wanderer eigentlich die ganze Zeit? Kann man mit dem reden noch? Gute Frage. Nee, nee. Nein, ich glaube nicht. Ich rede hier oben mal mit Mr. Krabs. Ich rede hier oben mal mit Mr. Krabs. Der ist hier sogar. Ey, das ist sogar Dingens. Abfalleimer. Sogar die Freunde vom Platz waren. Stimmt, dieser kommt Chuter da, ne? Okay, was sagt er? Ich bin froh, dass du hier bist. Und du hast für dich Arbeitskräfte mitgebracht. Ich meine einen Freund. Großartig. Okay, wir können uns anscheinend Kunden bedienen, sagt er. Alles klar. Ganz viele Kunden kommen jetzt. Oh Gott, und jetzt? Oh mein Gott, guck mal da. Der Pfannenwender 3000. Ja, Mann, jetzt kommt schon die erste Kundschaft. Oh Gott, wir müssen einen Burger machen. Oh Gott. Burgerhaufen. Burgerhaufen rausbringen. Lade alle den Burger auf und Hochleistung aus ihnen rauszuholen. Okay. Okay, wo muss ich den Burgerhaufen hinbringen? Nach vorne? Zum Rest, hier in die Tische, auf die Tische draußen. Auf die Tische. Lol, hier. So, hier einmal. Ja, da ein Haufen. Oh mein Gott, wie die sich draufstürzen. Das ist so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Da kommen die wieder, da kommen die wieder. Du musst die sogar, du kannst die sogar wegjagen. Ich kann die wegjagen. Swatchup haut die, Swatchup haut die einfach. Alter, der haut die echt. Weg da. Weg da, weg da. Und mal ab hier. Welle Nummer zwei. Ach, es werden immer mehr Leute. Okay, wir müssen, können wir auch Burger machen jetzt? Hydronomische Pfannenwender. Aber mit Rechtsklick kannst du Burger werfen. Oh mein Gott, ich seh's gerade. Ah, lol. Hier, zack. Wow, ihr kommt hier gar nicht erst rein. Ihr seid zu viele. Wir haben zu wenig Burger. Hier, nehmt die ganzen Burger. Los. Das ist ja extrem krass. Was ist das hier? Pfannenwender platzieren. Pfannenwender. Ach, die wollen. Lol. Guck mal. Lol, ich seh's. Die wollen an die Registrierkasse. Pass auf. Nee, niemals. Ey, die sind schon durch. Nein, guck mal, die sind alles weg hier. Schnell Pfannenwender aufstellen. Okay, okay. Das war die zweite Welle. In Ordnung. Okay. Bam. Oh nein, da kommt Welle Nummer drei. Diesmal zwei Busse. Oh mein Gott. Oh Gott, es werden noch mehr diesmal. Jetzt werden extrem viele hier kommen. Voll Attacke hier. Nehmt alle die Burger. Los. Zack, 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 zack. Los, 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 los. Esst alles auf hier. Ich hab noch, was hab ich noch hier? Ich hab da anscheinend noch ein Cranburger-Tablett. Ich kann hier so mit Burger abwerfen. Hier, guck mal. Ah, mehrere auf einmal. Nein, 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 nein. Weg da, weg da. Die essen hier, die essen. Die essen. Hey, hey, weg da. Die klauen die ganzen Cranburger. Oh mein Gott. Liff-Fanwender, guck wie viel ich platziert hab. Burger-Haufen, das haben wir ja jetzt hier einen Burger aufgemacht. Alter, guck mal, wir müssen das gar nicht noch machen. Guck mal. Ich weiß, du musst dich auch draußen platzieren. Draußen Liff-Fanwender. Alter. Wie hier abgehen, wie viele das auch einfach sind. Oh nein, da ist er. Oh nein. Schnell, Blubberbär, der die Gürchen unter der Zunge hat. Oh Gott, schnell. Blubberbär, hau rein. Weg mit dem, hau mal rein, Blubberbär. Geh mal lieber zum Abfalleimer. Leckerer da drüben. Ist so, ist so, ist so leckerer. Du magst das gar nicht, was wir haben. Hau ab da, hau ab da, Blubberbär. Die kriegen jetzt alle Burger hier in deinen Mund, Burger. Ist so, hier auch nochmal so. Oh Gott, hinter uns. Guck's dir an. Alter. Die fette Meute hier. Alter, die schnappen sich das ganze Geld. Hey, hey, was soll das denn? Ich muss mir Burger auf dem Platzieren. Die essen erst mal nur. Die holen sich nur die Burger. Ja, die sollen ja auch nur Burger sein. Wir müssen halt ganz viele Burger in den Mund werfen. Ja, genau, genau. So, kommen wir noch ein paar mehr. Alter, das ist so verrückt. Wie viele kommen da noch? Ja, extrem viele. Ist der Craps zu Hause? Ist der Craps gar nicht zu Hause? Okay, Welle Nummer 5 beginnt. Oh nein. Lege einige Krabben auf den Tisch, um die Kunde abzulenken. Haut ab hier. Ihr kriegt doch alle genug Krabbenburger. Für jeden ist genug da. Hallo. Hier, mehr noch von Blubletz. Der braucht zwei Stück. Es gibt genug Krabbenburger für euch alle. Glaubt mir. Die, die reinkommen wollen, die kommen ja nicht rein. Alter, es kommen so viele, Kasper. Hier holt euch alle diese ganzen Burger. Es kommen so viele gerade. Wie viel Geld haben wir auch schon 300 Dollar. Das muss ja wohl reichen, oder was? Wir haben extrem viel Geld gemacht, ne? Das reicht doch wahrscheinlich. Hier, guck mal. Oh mein Gott, die werden alle bedient. Das Tablett ist richtig okay. Das Tablett musst du machen. Ja, ich weiß, ich weiß, das mache ich die ganze Zeit. Hier, oh Gott, nächste Welle kommt. Und du kannst sogar weit nerven. Oh Gott, Welle Nummer 6, 3. Alle bedient. Alle bedient jetzt hier. Guck mal, die sind alle bedient. Ich spiele ein bisschen Musik. Tja, verscheuchte doch nur. Ey, die verscheuche ich echt. Die wird schlecht. Die wird schlecht. Also, die haben so ein Übelkeitssymbol gehabt über dem Korb. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Hier, haupt mal bloß Alarm hier. Oh mein Gott, das dürfen wir nicht machen. Das dürfen wir nicht machen. Ey, doch, das ist gut. Damit hauen wir die ab. Damit hauen die ab. Aber die müssen auch, die sind auch zahlende Kunden. Ja, du hast recht. Du hast recht. Hier, so. So, gucken wir mal, ein bisschen Burger jetzt hier in Werft. Es sind so viele. Ich komme gefühlt gar nicht hinterher. Es sind extrem viele, ne? So, jetzt hier, guck mal. Komm schon. Mehr Burger auf die Leute. Was? Oh mein Gott, wie viele sind hier an der vorne an der Kasse? Vorsicht. Wie viele sind da auf einmal? Was? Die schnappen sich. Ey, ist vorbei. Wo kommen die alle her? Ist vorbei. Und guck mal, wir haben eine Eins bekommen dafür. Oh mein Gott, das war anscheinend ganz gut. 500 Dollar. Wir haben uns richtig gut geschlagen. Wir haben extrem gutes Geld gehabt bekommen von Mr. Krabs. Loil. Ey, ich muss schon sagen. Was ist hier beim Abfalleimer? Beim Abfalleimer. Ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, oder? Okay, dann lassen wir uns beim nächsten Mal angucken. Und ich bin echt gespannt, was ist. Das schreiben wir noch im zweiten Part. Was für ein cooler Tag im Bikini Bottom. Im Bikini Bottom noch so erleben wird. Ja. Das ist auf jeden Fall gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von euch einen zweiten Part sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall gerne einen Like und ein Abo da. Checkt euch einfach hier das Video aus, Leute. Out there, rein bis morgen. Ciao, ciao.